Mein Leben liegt in deinen Händen, Morni. Sorge dafür, dass deine Cousine sicher nach Hause kommt. Sei unbesorgt, mein Freund. Dieser Brief, ist er euch bekannt? Nicht, was in ihm steht. Er wurde mir nur gegeben. Tja, von der Poli und Hütte persönlich. Na, Monsieur, von einem Kapitän, meiner. Ein sterbender Kapitän hat er mir gegeben. Und ich musste ihm schwören, den Brief persönlich zu überbringen. Wie ist euer Standpunkt dauernd heißt? Seid ihr ein treuer Royalist? Ich verstehe nichts davon und kümmere mich nicht um Politik. Aber das mehr. Ich kenne das mehr. Sagt mir, was liebt ihr? Ich liebe meinen Vater. Meine Merci d'Ausson. Ich sühle mich. Mit eurer Feinde. Ich verstehe nicht. Ich habe keine Feinde. Seid ihr denn heilig? Nein, Monsieur, nicht heilig. Nur ein einfacher Siedmann, der vor uns spielt. Und ich weiß nicht, warum. Ihr sprecht die Wahrheit. Ich sah die Unschuld und die Schuldigen. Und ihr seid unschuldig, mein Herr. So sicher wie das Name in der Kirche. Lasst ihn gehen. Bevor ihr geht, mein Herr. Noch eine letzte Frage. Könnt ihr euch an den Namen erinnern? Den Namen? Den Namen der Person, der ihr den Brief überbringen solltet. Noch Tee. Der Name war noch Tee. Noch Tee. Mein Vater. Mein Vater. Im Dienst Apolleons. Wird das Publikk, bin ich am Ende. Mein ganzes Streben ist gut und edel. Mein Kampf für Recht und Ordnung wäre dann verloren, wenn irgendwer davon erfährt. Wachen! Mein Vater. Wchen! Amen. 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 Amen.